Also, das ist ziemlich unwahrscheinlich. Was denn? Was ist unwahrscheinlich? Dass ich komme? Hm. Okay. 1.000 Adam für denjenigen oder diejenige, die ihn zur Strecke bringt. No, ein Kopfgeld auf uns. Da bin ich jetzt fast stolz. Abfackeln. Wenn ich jetzt nicht raus aufgehen sollte, dann also nicht zögern, sondern zünden. Hm, hm. No. Bringen Sie Ihre Gegner buchstäblich zur Weißglow. Vorsicht, Feuer breitet sich aus. Oh. So, nehmt das. Hehehe. Was, du stirbst hier? Genau, du stirbst hier. Alle Wege in Rapture führen zu Ryan. Das Sicherheitssystem, die Splicer, die Big Daddies, die Little Sisters. Oh. Erreichert die Luft hier mit Duftstoffen an. Die werden Pheromone genannt. Dadurch tanzen sie alle nach seiner Pfeife. Aha. Wie kann ich auch noch das benutzen? Okay, ein Plasmid-Modus mit der. Gut. Das stimmt wenigstens. Hm. Tja. Das waren die. Das war nett. Und das sind jetzt alles so schön braun, schwarz. Schön, richtig verbrannt. Das gefällt mir. Hm. Hm. Schöne Farbe, ja. Alles schön verbrannt. Oh ja. Ah. Schön. Hm. 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 Tja. Okay. Hm. Wo ist denn hier Nummer 3? Da habe ich aber nicht viel. Ach so, das ist das. Hm. So. Tja. Okay, das war das hier. Hm. Ah, okay. Gut. Da mal speichern. So. Wer hat denn das angezündet? Oh ja, ich liebe es zu hacken. Hacken, 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 checken, 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 checken. So. Und so. Tschüss. Nice. So. Da geht's wohl weiter. Aufpassen. Okay. Ja. Ja, ich bin hier. Na. Wann gehst du wieder einkaufen? Ich habe Lust auf Pizza. Wer ist denn hier noch? Ach der. So. Warum blickt das noch? Und warum bist du kaputt? Okay, das ist auch fast hinüber. Mann, Mann, Mann. Oh, wie konnte ich das übersehen? Vorstellungskraft. Kotz. Was könnte man an mir noch besser machen? Durch Adam und mein Skalpell habe ich mich verwandelt. Aber gibt es nicht vielleicht doch noch eine Steigerung? Was ist, wenn ich zwar etwas noch Vollkommeneres erschaffen könnte, meine Vorstellungskraft dafür aber nicht ausreicht? Oh, noch mehr zum Hacken und noch mehr zum Anhören. Nice. Liebe für die Wissenschaft. Ich war im Straflager und erst 16 Jahre alt, als ich erkannt habe, dass meine Liebe der Wissenschaft gehört. Ein Arzt hat an vielen von uns wissenschaftliche Experimente durchgeführt. Manchmal hat er dabei Fehler gemacht. Wenn ich ihn darauf hingewiesen habe, ist er zornig geworden. Dann hat er gefragt, woher ein Kind wie ich sowas wissen kann. Ich habe ihm gesagt, manchmal weiß ich es einfach. Da hat er geschrien. Du musst es mir ja nicht sagen. Nun ja, habe ich gesagt. Wenn Sie schon sowas machen, sollten Sie es wenigstens ordentlich machen. Hm, da hat sie recht. Entweder man kann es richtig oder gar nichts. Alles dazwischen gibt es nichts. Was? Was war das denn? Was ist passiert? Hä? Was war das denn jetzt? Was ist da gerade passiert? Das ist ein unnötiger Schaden. Ganz doof. So. Tja. Habe ich hier jetzt alles durchsucht. Ach stimmt das. Hier habe ich ja noch was zum hacken. Ganz vergessen. Okay, ich muss da hin. Dann brauche ich jetzt hier dringend mal. Hallo. Eindlich. Dann schnell hier nach oben. Und dann da hin. Und dann. Shit nach oben. Fuck. Na da. Das war eine Sacken. Ich sei traurig. Das war eine Scheißfalle. So. Wo ist denn hier noch? Da. Und so. Hurra. So. Dann mal wieder das hier. Ich liebe jetzt das Geräusch. Doch nur. Ich war hier unten noch nicht. Ich weiß, dass der Medical Pavilion dein Revier ist, Steinman. Aber streng mal deine grauen Zellen an. Das Meerwasser ist arschkalt. Wenn die Rohre nicht beheizt werden, frieren sie ein. Und wenn sie einfrieren, platzen sie. Und wenn sie platzen, gibt es den Rapture Wassereinbruch. Mir ist schon klar, dass du ein ziemlich eingebildetes Arschloch bist. Und ehrlich gesagt, ist es mir auch schlurzpiepegal, was du machst, wenn keiner hinguckt. Aber wenn Rapture anfängt vollzulaufen, hört der alte Kasten so schnell nicht wieder damit auf. Und dann werde ich Ryan persönlich davon unterrichten müssen, dass er das dir zu verdanken hat. Hm. Ja, die täglichen Probleme. Was haben wir hier? Wow. Was? Ich baue Scheisse. Na warte. Das lassen wir nicht gefallen. Komm her. Ich baue mal zu Scheisse. So. Ich habe dich gerade umgebracht. Ist das auch Scheisse? Ja, das ist Scheisse. Okay, da hast du recht. Gut haben wir darüber geredet. Hat die Schnauze. Ach Mist. Jetzt soll ich mir das wieder klar denken. Okay, jetzt geht's wieder. Oder auch nicht. Der ist jetzt aber scheisse. Oh. Wer hat das Licht ausgemacht? Na, das ist ein Witzball. Wart. Was? Du stehst über mir? Nee, du bist vor mir. Nicht gestohlen. Nicht. Nicht gestohlen. Was labert ihr? Ist ja noch schlimmer als ich. Moment. Schnauze. Ja, bitte. Ihr kommt gerne wieder. So, auch wenn es keine Kekse gibt. Hm, das wäre jetzt was. Kekse? Hm. So, das nehme ich. Okay. Hä? Wir machen da so einen Lärm. Adam. Denise. You are. Äh, äh, exque, exque, matt. Keine Ahnung. Geschlossen. Hecken. Brauche ich das? Nö. Moment, das kann ich ja kaputt machen. War das nicht so? Oder nur bei, ähm. Ach nee, ich glaube das war, ähm. Ein Perk oder sowas. Sinnlose Experimente. In Gefangenenlager musste ich genetische Versuche an anderen Häftlingen durchführen. Sie nannten mich das Wunderkind. Die Deutschen. Die konnten nur an eins denken. An blaue Augen und die Form der Stirn. Mich interessiert nur, warum der eine stark geboren wird und der andere schwach. Der eine schlau und der andere dumm. Bei den ganzen Morden, die die Deutschen verübt haben, sollte man doch meinen, dass sie wenigstens etwas Nützliches erforscht hätten. So, sind die Menschen halt eben. Ähm. Hm. Ach nee, ist das Gamer Musik? Ach komm, scheiß drauf. Scheiß auf die Gamer, lassen wir an. Oh nice. So. Toaster. Ach man, aber leider kein Toastboot mit. Aber wo ist denn hier? Da ist der. So. Niemand so. Niemand da. Okay. Höö. Was steht da? Palmaschine. Ähm. Hatte kein was. Was ist denn mit dem los? Okay, das war einmalig. Hä? Telekinese. Klinischer Versuch mit Charge Nummer 23, Dr. Su Shom. Kunde von Tain Futuristics. Guter Fortschritt mit dem Telekinese Plasmid. Hochheben von Objekten aus der Entfernung, kein Problem. Objekte durch den Raum bewegen, kein Problem. Aufhalten eines Projektils ist nicht möglich. Es ist aber möglich, ein sich schnell bewegendes Objekt zu fangen und zu werfen. Das Problem ist nicht das Plasmid. Das Problem ist die Reaktionszeit. Zeit. Su Shom kommt gerade die Idee für ein neues Plasmid. Okay. Na schön, da kommt das jetzt. Schön. Schön, schön. Das würde ich auch gerne mitnehmen. Ach, was haben wir denn da? Ein Dollar. Und hier ist noch etwas. Was haben wir hier? Ionischer Schrott. Will ich haben. Danke schön. So. Okay. Telekinese. Wünne. Will ich nicht. Ich sagte, will ich nicht. Bewerfen Sie Ihre Gegner mit Objekten. Ja, fangen Sie Granaten auf und werfen Sie sie zurück. Mhm. Schön. Aber das würde ich nicht. Natürlich habe ich das Feuer nicht. Kann ich das irgendwie ändern? Nein, das wollte ich nicht. Scheisse. Ah, harte Schnauze. Ah, harte Schnauze. Ach nein. Die Reaktionszeit. Ach was. Das ist ja was. Okay, speichern. Und dann. Bereit machen. Okay, das funktioniert ja auf ein paar Lorts. Wie kann ich die nochmal stoppen? Ja, ich glaube, ich weiß wie. Genau. So war das. Hä? Was hat denn der jetzt gemacht? Ach Mist, das ist mir egal. Hab was Falsches gedacht. So, hier hoch und dann da hin und dann da hin und dann da hin und dann da hin und dann da hin. So, jetzt ist es auf. Schön, schön. Oh, da liegt was Süßes. Oh, da ist eine Bandage. In diesem Fall. Hä? Oh, da ist eine Bandage. Ah. What? Wenn sie mich eine verarschen. Tja, nett gemeint, aber hat nicht geklappt. Kann ich da rein? Kann ich, okay. Tja. Noch mehr? Ah, ihr seid ja ganz witzig. Ein ganz witziger Haufen seid ihr. Darf ich jetzt? Plasmide sind die Farbe. Oh, Tennenbaum. Oh, Tennenbaum. Mal tut mir diese arme Irre leid. So wenig Vorstellungskraft. Sie ist zufrieden mit ihren Tanks voller Adam. Sie verbessert, justiert und optimiert nur. Ich muss Dinge erschaffen. Adam ist die Leinwand der genetischen Modifikation. Plasmide sind die Farbe. Mhm. Tempohacker. Die Technik tun ich gar nicht, für diesen Effekt zu hacken oder Maschinen zu benutzen. Aha. So. Was soll's? Hm. So, was haben wir hier? Lass mich mal durch hier. So. Hallo. Ich bin da. Ja, die hab ich immer noch nicht gesehen. Tut mir leid. Autohacker. Schön. Hm. Pistole. Kartoffelchips. Mist. Wo bin ich jetzt? Ah, hier. Okay. Ach so. Hm. Okay, das haben wir. Dann hat hier den Rest. Na. Eine Kamera. Ups. Schlüssel benutzen. Hm. Auch einen Schlüssel. Oh Mann. Spielverderber. Hm. Was blieb denn da? Ach so. Ne, lass das da. Oh, du bist doch scheisse. Warte, ich hab was für dich. So. Wie auf. Oh, du lebst noch. Jetzt nicht mehr. Oh, das war scheisse von dir. Muss das sein? Blöder Sack. Hm. Da hier brauchte ich jetzt das Feuer, aber das hab ich nicht mehr. Ist ja ganz toll. Wie kann ich das ändern? Steuerung, 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 Equipment. Da war ein paar Smiden. Geht nicht. Das ist ja ganz toll. Ne, sprach ich halt hier. So gefrustet bin ich. Ah, das beruhigt mich. So. Warum habe ich das nicht mit? Und wo muss ich jetzt hin? Äh. Hm. Was habe ich denn hier noch nicht? Und dann habe ich wohl alles. Hier hin muss ich. Ähm. Hier haben wir alles. Das war auch ein bisschen. So. Ho, ho, ho. Hm. Okay, gehen wir weiter. Okay. Ja, muss ich hin. Ja, muss ich hin. Hm. Dank der Möglichkeiten genetischer Veränderung ist Schönheit nicht länger ein Geschenk oder ein Wunschtraum. Sie ist eine moralische Verpflichtung. Zwingen wir etwa die Gesunden bei den Infizierten zu leben. Wischen wir Kriminelle mit Rechtschaffenen? Also, warum dürfen dann die gewöhnlichen die Welt der Schönen betreten? Oh, was hast du gesagt? Hab nicht zugehört. Wir hörten auch schon so einer Scheisse zu. Na, ist ja gut. Halt die Schnauze. Zu dir komme ich später. Hast du dich gesagt? Moral, liebe, blüb, die, äh, team. Kein Fragezeichen, aha. Äh, Fragezeichen. Was? Ausrufezeichen. So. Warum haben wir zwei Augen? Gibt es ein Gesetz, das uns dazu zwingt? Zwei Arme, zwei Beine, zwei Ohren, zwei Brüste. Verdammt nochmal. Jemand soll die Schwester holen. Hm. Ah, das ist schon mysteriös. Alles zweimal. Das ist echt seltsam. Hm. Ob die Illuminati dahinter stecken? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin nicht fertig. Oh, sorry. Da kommen wir später nochmal. Und deinen Weg in die Chirurgie finden. Damit zu Stylen. Nur Mut. Gott mag keine Drückeberger. Was? Zerstöre den Schubt. Das bleibt der Letzteskrachen wie zu Silvester. Es ist nicht leicht, hier unten an Springstoff zu kommen. Wenn du nur eine dieser Bomben erwischen könntest, sie erschmeißt. Dann könntest du den Spieß umdrehen oder dir den Weg freispringen. Was? Aua. Du bist doch scheiße. Ach komm, das kannst du deiner Oma erzählen. Wo bist du? Ich lasse ihn blut. Toxisch, septisch, unhygienisch. Ha, ha, ha. Das ist ein Standardverpackung. Ja, so ist wieder. Ich will das nicht. So, spiel mir Baseball. Mist. Ha, ha, ha. Und tot. Schön. Tja. Hm. 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 Ah, das ist uninteressant. Ah, das war klar. Symmetrie. Heute habe ich mit der Göttin zum Mittag gegessen. Oh, was? Steinmann, sagte sie. Ich bin hier, um dich von der Tyrannei des Gewöhnlichen zu befreien. Ich bin hier, um dir eine neue Art von Schönheit zu zeigen. Ich fragte sie, was meinst du damit, Göttin? Symmetrie, mein lieber Steinmann. Es wird Zeit, dass wir etwas gegen die Symmetrie unternehmen. Okay. Na, mach du mal. Hm. Oh, oh. So, schnell hacken. Da unten muss ich hin. Okay. Schnell, 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 schnell. So. Dann einmal rüber und dann einmal da und... Dann einmal rüber, da. Und so und so. Gut, da arbeitet es jetzt für mich. Da wurde es eingestellt. Also mach deinen Job. So. Hm. Lenk ihn ab. Lenk ihn doch ab. Wenn wir noch rüber, den. Dun, 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 da, dun. Becken, 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 Ecken, 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 Becken, Chaka, K dam. so da und dann hier und dann da und dann brauche ich so was wir brauchen ja wir müssen da hoch komm schon da hoch müssen wir und dann müssen wir dahin so da so gut matt was sieht mich denn da schnell 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 siempre hacken hecken checken checken was war das denn da, 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 ähm, okay, schnell, 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 noch einen, und wir brauchen noch einen, gut, dann schnell runter, ganz runter, zweifach runter, dreifach runter, so viel haben wir nicht, okay, dann einmal hier, einmal da, einmal so, einmal so, und einmal so, gut, schön.